So Leute, willkommen zu einem neuen Need for Speed Heat Video. Heute zeige ich euch die Fundorte von allen Sammelobjekten. Ich habe euch von jedem Stadtteil einzeln alle Sammelobjekte gemacht, dann könnt ihr immer das Video pausieren, alle sammeln und dann zum nächsten gehen. Ich starte oben rechts und gehe dann einmal im Kreis herum alle Bereiche durch und dann könnt ihr immer pausieren und dann die Sachen sammeln und dann sollte es eigentlich easy klappen. Falls ihr Probleme habt beim Sammeln mancher Gegenstände, verlinke ich euch in der Beschreibung noch die Locations von den Flamingos. Da gibt es ein Video, wo ihr genau gucken könnt, wo sie sind und auch einen anderen Artikel, wo ihr nochmal alle Bilder, die ich hier habe, nochmal nachschauen könnt, falls ihr da nochmal ranzoomen wollt oder was auch immer. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, hier kommen alle möglichen Tipps zu Need for Speed und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein Leute! Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.